Oh, ich will die Pull. Ich muss mich jetzt umbringen. Alter, das sieht ja hässlich aus. Ja natürlich, das hässlich. Hey, da ist dein Dodri. Oh, ach Dodri. Ach Dodri. Ach Dodri. Ach Dodri. Du kannst nicht sprengen. Ah, ach Dodri. Ich steh mit drauf, Danny. Du musst reiten. Aber siehst du das? Ich drücke die Leertaste. Siehst du das? Nein, will ich nicht sehen. Ich will nicht sehen, dass du was Gay-Spieliges machst. Fuck, ich hab kein Holz mehr. Hat jemand Tropenholz für mich? Nee, wir haben kein Tropenholz. Ja, es heißt Dodri. Danny, vielleicht machst du mal das Ding weiter in das Pokémon-Center? Ja, ich hab keine Wolle. Ich schmeiße dir grad hier. Wozu brauchst du die drei Köpfe? Das versteh ich nicht. Äh, wir brauchen auch Rosen ganz vieles. Ich brauch noch Wolle und darf mit Wolle-Blocken in der Hand rum. Die macht einen blauen Ding. Oh, scheiße, ganz viele Traumatis hier drinnen. Was? Echt? Ja. Du musst ein Lappisches La zu nehmen dafür. Und ich hab dich gefragt, ob wir ein Lappisches La zu nehmen brauchen. Ja, hab ich gesagt, dass wir es brauchen. Ähm... Willi? Ja? Was denn? Was ist denn die beste Attacke gegen, äh, Ghastly? Bei ein bisschen... Oh, Lachs. Also... Ach, Alter. Gibt's hier nicht. Es gibt nur Link, Wallout, West und Bodyslam. Ghastly gibt's keine Attacke. Ja, Bodyslam prinzipiell. Aber das ist ein Ghastly. Und Ghastly kannst du glaub ich mit normalen Attacke nicht angreifen. Mit physischen Attacken, oder? Echt? Das ist ein Geist, Geist Pokemon. Ja, das ist mir... Das hab ich aus dem Namen auch schon geschlossen. Ja, Nebulag ist das. Nebulag auf Deutsch. Ja. Ja, und was kann ich jetzt am besten nehmen? Hast du ein Problem? Oh, ne, nicht mein Snorlax. Ja, versuch alles aus. Ne, du musst alles ausprobieren. Also, kann es sein, dass du es nicht besiegen kannst. Lenni, komm mal... Äh, Tausli, komm mal bitte her, hier. Woher hin? Hier beim, äh, Magic Launcher. Haha, Tauscher. Magic Launcher? Ach, beim Tauscher. Ah, ähm... Ja, warte kurz. Du kannst hier Leg nehmen, dann kriegt er richtig Schaden. Okay, Dennis legt gut. Was willst du denn am Tauscher? Ähm, ich möchte mal, dass mein Haunter tauschen, also mein Apollo, und gucken, ob es beim Tauschen zu Gänger wird. Also tauschen wir zurück danach wieder, okay? Warte mal kurz, ich hab auch ein Pokemon, was getauscht werden muss. Ne, egal. Ach, ne, Dorino, hast du weiterentwickelt gemacht? Ne, ne. So, tauschen. So, jetzt wird zurücktauschen, okay? Es ist immer noch Gänger. Ja, jetzt ist es Gänger. Jetzt ist es richtig. Du gibst mir jetzt noch einen Gänger? Nein! Du tauscht mir jetzt den Gänger zurück. Also, mein Gänger. Wir haben nur hin und zurückgetauscht. Du, du gibst mir doch gerade einen Gänger. Nein. Ne, doch nicht. Oh, das war da mega, der... Ja, das, das buggt, ja. Was denn? Willi? Kannst du bitte den Tagtanz machen? Tagtanz? Ja. Ne. Wieso? Oh, warte. Ich muss jetzt weg. Warte. Ich brauche ein Homem, bis ich wieder soweit lapsen muss. Ich denke, wir... Machen wir, machen wir, machen wir. So, Home. Tagtanz. Juhu, der Tagtanz. Jaja. Hier ist eine ganz spezielle Abfolge, wie man einen Tagtanz macht. Wieso würdest du mir einen Voltoball geben? Auf jeden Fall sehr komplex. Du hast einen Voltoball. So, und jetzt wieder zurücktauschen. Was hast du jetzt? Schale. Schale, ne, da nicht. Ne, da brauche ich einen Kingstein oder Levitloy. Oh, ich will auch einen Gänger. Gänger sieht cool aus, oder? Schau's nie? Schau's nie? Ist ja voll die Kugel, ey. Sieht voll geil aus. Wenn du irgendwie mal einen sehen solltest und ich mich da nehmen, fang das mal bitte. Ich fang doch keinen Gänger. Gänger kann man aber gar nicht fangen. Meinen, du meinst die Fahr-Entwicklung. Ich meine die Fahr-Entwicklung. Apropos. Nicht du meinst hier. Ich mein Mio. Ich überleg gerade, ob ich den hier fange. Den du jetzt angreifen willst. Oh, das... 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 das will ich eigentlich fangen. Ne, dann fang du das. Was ist für eins? Mio? Mio? Mio. 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 Und jetzt kann ich auch schneller nach Mio suchen und so. Ja. Mio Mio. Mio. Mio Mio. Mio, Mio. Mio. Mio, Mio. Mio. Mio Mio. Mio Mio. Mio Mio Mio. Mio Mio. Mio Mio Mio. Mio Mio Mio. Und die sind noch nicht entwickelt? Oder ist das schon wieder Knosp? Das ist schon wieder Knosp. Echt? Ja. Boah, die nächste Entwicklung sieht so hässlich aus. Nee. Es sei denn, es wurde geupdatet. Das ist jetzt nicht mehr so. Nee, ich hab's gefangen. Aber Kluwak wurde auch geupdatet. Und das sieht nicht mehr scheiß aus. Deswegen bin ich sauer, dass es nicht Kluwak genommen werden. Das ist schon entwickelt. Ich bin gerade aufgefüllt. Ich finde, Gänger sieht richtig gut aus, finde ich. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich damit fliegen kann. Ja, guck mal bitte. Du redest dich ja mit Leertaste, ne? Ja, eigentlich müsstest du damit fliegen können. Ist ja voll cool, ne? Aber es funktioniert nicht, weil mit Dodri kann man mit Leertaste nicht mal springen. Ja, das heißt, irgendwie muss man fliegen damit. Irgendwie anders, glaube ich. Keine Ahnung. Ich bin dabei wohl das starke Team, ja. Ich habe wirklich kein viel mehr, was unter 30 ist. Lol. Außen. Ich kann fliegen. Echt, ja. Hammer geil. Oh, ich sehe dich gar nicht rumfliegen. Hier oben. Oh, Mann. Oh, lol. Oh, oh Gott. Ich komme mit der Steuerung noch nicht klar. Ja, das ist ein bisschen knifflig, ne? Ja, das ist ein bisschen knifflig, ne? Muss man sagen. Ach, da. Ich fliege hier rum. Ich sehe ihn auch nicht. Ob man mit ein Golbert fliegen kann? Ne, glaube ich nicht. Also, sehr unwahrscheinlich, sagen wir es so, weil wenn ich nicht mal mit mein, ähm, mit einer Tauboga fliegen kann. Mit einer Tauboga kann ich ja auch nicht fliegen. Hast du einen Tauboga? Ja, einen Tauboga. Echt? Das ist, äh, es dauert ein paar Sekündchen. Was ist das denn? Das ist doch kein Lager. Das ist ein Kackhaufen. Das ist ein Kackhaufen. Das ist ein Kackhaufen? Oh, alter Pupel, jetzt ehrlich. Hast du noch nie ein Lager gesehen? Alter, ich bin doch nicht lange fertig. Das ist doch lange, wenn ich endlich bin. Dann guck dir doch mal das rosa Holz an. Denny rastet gleich wieder. Denny rastet gleich wieder. Denny rastet gleich wieder. Denny rastet gleich wieder. Denny rastet gleich sauer, ey. Den rastet gleich sauer, ey. Den rastet gleich sauer, ey. Sauer, ey. Sauer. Willius, magst du mal den Regentanz ausführen? Nee, auch mal auf, ey. Ich will nicht schon wieder den Tanzen ausführen. Tänze dauern voll lange. Nee, bei Regentanz fängt es wieder an, nur zu regnen. Ach, ich auch nicht so. Den Anti-Regen kannst du mal sagen. Aber Regen ist voll scheiße, ey. Ich heisse Regen. Ich machs mal für dich, okay? Denny, ich bin ja noch lange nicht fertig. Ist ja noch all die in Arbeit. Ja, wir haben da. Newton, Kobe, Mew10. Er hat es immer noch nicht verstanden. Doch, jetzt hat er es gemacht. Was, Mew10? Es gibt doch nur Mew2. Mew2, Mew10, Mew10. Ah, der war ja voll gut, ey. Ah, für jeden nicht gut. Das ist nach so'n Witz. Ich will jetzt mal gegen so'n Pokémon Trainer kämpfen. Oh, Mew, Mew. Pokémon Trainer. Wissen wir erst ab, was ist denn das? Hä, was ist das denn? Poké, könnte ich mal mitnehmen, wenn ich Pokémon fangen will. Ach, ein Smogmog. Smogmog? Hier ist ein Smogmog. Das ist ein Schleifling. Nein, Smogmog. Hier ist doppelt der von Team Rocket, was das Ding jetzt mal hat. Ach, das ne, das mag ich nicht. Smogmog! Smog! Ach, das ist so, das hasse ich. Smogmog! 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 Deiner Schweißer, bist nicht einer meiner! Ey, Danny. Na was denn? Ich bin noch ganz fertig. Was zieht ihr euch immer? Oh nein. Ich spiel die Taste nicht. Pupp! 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 Alter! Der Merns auch nicht, ne? Ne, irgendwie nicht, wa? Oh. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon gefangen wird, ist höher, wenn du es außerhalb des Kampfes machst. Weil ich hab ja schon drei Pokémon gefangen ohne Kampf. Ja, das stimmt doch wirklich, ey. Das heißt, ihr werft dann einfach einen Pokéball drauf, oder was? Ja, ja. Geht auch. Hm, das ist natürlich interessant. Eigentlich noch was probieren, ne? Eigentlich schon, ja. Double Edge, was ist das denn? Oh, ich hab Meisterball. Double Edge. Egal, ich lerne es jetzt. Double Edge. Ja, das ist scheiße. Glaub mir. Das ist scheiße? Du wirst es bereuen. Okay, dann lerne ich dich. Also, es macht Attacken, wenn es trifft, ist es auch gut, aber hier bei den Pixelmon ist es so, dass es auch sein kann, dass du einen Nullmann trifft. Hm. Okay. Na, grad. Ich stehe. Aber wir haben immer noch rausgefunden, was diese komischen, komischen Vulkanberge oder was so sein sollen, die komischen Dinger. Ja, bestimmt, allerdings. Das würde mich echt mal interessieren, ey. Vielleicht noch mal Silktast, oder so. Kann auch, aber was soll man damit? Ja. Vielleicht kommt dann Fossil raus. Fossilien gibt es ja auch. Ich verstehe nicht, warum keiner von uns eines gefunden hat. Ja, stimmt. Fossilien. Hm. Aerodactyl, ey, cool. Oder Kabuto, oder wie das Ding heißt. Ich hab hier wieder dieses Hypno gefunden. Ich hab hier wieder dieses Hypno gefunden. Hypno? Mhm. Hypno, naja, finde ich jetzt nicht so cool eigentlich. Weißer geht, spielt immer so viel mit... Ich will's, ich will's, ich will's, bloß fertig machen. So. Und Hypno ist auch voll gruselig, meiner Meinung nach. Ja. Auf jeden Fall, ey. Das Vieh voll gruselig. Aber nur wegen der creepypasta. Nicht nur deswegen, ey. Und du hast es auch noch gefangen, ey. Alter, ich hab hier wieder Pokémon gefangen, haha. Ich schlep's in meinem Tal mit rum. Also Level 36 ist stark. Oh, ich weiß nicht, welches Spucken was ich weglassen muss. Ich komm gerade gegen Level 38er. Ich hab jetzt Tauros gefangen. Und... Tauros. Und, äh, die Verentwicklung von Hypno. Was ist ein Petal Dance? Traumato. Genau. Petal Dance? Keine Ahnung. Oh, ich will Kadabra haben, ey. Ja, genau. Ohne Grasattacke. Ich glaub, die probier ich mal aus. Abra ist, äh, kacke zu fangen. Es kann nur Teleporter und teleportiert sich weg. Ach so. Aber der Bug in diesem Spiel hier ist. Es ist zwar woanders, aber du kannst trotzdem noch weiterkämpfen. Hm. Mach mal. Und du musst aufpassen. Du musst dich so nennen, dass es dich nicht sieht, weil es fliegt. Leumenki. Oh, hier ist ein Tauburger. Tauburger. Ach der. Oh, das war auch. Das ist ein Tauburger, hast du dir gesagt. Hä? Du hast nur ein Tauburger oder ein Tauros. Ey, ich hab jetzt, ich hab jetzt schon wie gesagt. Ach so, Tauburger. Ich hab jetzt an, äh, Stingsbums gedacht. Von Popa. Von Chosen. Wie was? Entwickelt sich, äh, Bisa Knosp schon auf Level 32 zu Bisa Flor? 36. Ich hab grad ne, ne Weiterentwicklung. Dann hab ich jetzt erst Bisa Knosp, oder? Ach ja. Ne, ne. Nicht schon gut, ne. Das war ja bei den Pflanzen, guck man an. Die machen ja auf 32. Werf mal, werf mal raus. Werf mal raus. Wenn's riesengroß ist, dann weißt, dass es Stings ist. So groß, so groß ist es nicht. Aber auf jeden Fall ist es Bisa Flor. Ach so. Das sieht mega scheiße aus. Ja, das hat ne Poké drauf. Ja, das sieht total blömer aus. Das sieht auch mega hässlich aus. Das sieht mir richtig scheiße aus. So, dann. Ach so. Ich überleg' noch, ich überleg' noch immer, wo man am besten seltene Pokémon fangen kann. Bin jetzt grad schon mehr unterwegs, ja. Lauf schon mehr durch den Gink. Echt? Ja. Ich glaube, Pokéball ist echt am effektivsten. Ich hab alle drei Pokémon nur mit dem Pokéball gefangen. Und nur einmal geworfen. Woll. Die Pokébälle wirklich, denke ich mal, ganz gut, ne. Das ist eigentlich eigentlich Schwachsinn, ne? Ja. Dann ist der mega overpowered, ey. Der OP, ey. Ich hab' mal OP gesetzt, ey. Nein, man, das ist dann geht's halt, ne? Oh, 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 oh. Wo, wo sind denn eigentlich noch Pokébälle? Ne, ne, ne. Oh, Portal. Da will ich nicht hin. Falscher Gang nach unten. Ja, Falscher Gang nach unten. Mann, ich will jetzt endlich Mew finden, ey. Meine Fresse. Bist du nicht verarscht? Mach dich schwierig, was denn? Wie behindert ist das denn? Toll. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Was denn? Ich wechsle zu Gyarados und in dem Moment, ja. Irgendwie, Rihorn greift in das Pokémon an, gegen das ich kämpfe und tötet es. Neu. Wie behindert ist das denn bitte? Ich wollt's grad fangen. Oder hab's gefangen? Wie selbst man ein Pokémon findet? Ich hab's gefangen. Ich hab's besiegt, angeblich. Ich hab's nicht angegriffen. Ich hab weggemacht, Pokémon werfen und so. Ne, das ist weg, was wir fangen. Ne, das ist was den jetzt auch, also man fliegen kann. Sag mal, ist der Server schon wieder abgeschmiert? Ja. Ich kann keine Käste mehr öffnen. Ne. Ja, ist abgeschmiert, es kam auch keine Blöcke mehr raus. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, ist abgeschmiert, okay. Bis gleich, Leute. Boah ey, Kcuma ist echt teils.